Und da sind wir wieder. Hallo meine lieben Freunde, es geht weiter hier bei Don't Starve. Es ist mittlerweile schon die Folge 20. Ich werde hier schon langsam müde. Ich habe jetzt hier fünf Folgen hintereinander aufgenommen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie anstrengend das ist. Okay, so, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier so machen können. Schön ist. Ah, ist sehr angenehm. Ohne Sonnenbrille, dass man am wenigsten was sieht. Holz, genau. Holz wird knapp. Unser Holzvorrat ein bisschen auffüllen. Man braucht, glaube ich, wenn man Bretter kräftet, dann kann man... Ja, jetzt sowieso nicht. Nein, fortsetzen. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Wenn man Bretter kräftet, dann reicht, glaube ich, ein Brett für die ganze Nacht. Oh, ich brauche eine neue Axt. So, jetzt braucht man im Idealfall 20 Holz. Den Cleanupfeller lassen wir mal liegen. Wir können mal unsere Hasenfeind kontrollieren. Fällt mir gerade ein. So, dann müssen wir mal gucken, wo waren denn die? Wo waren denn die? Es kommt doch welche. Oder? Ach hier, das ist ja praktisch. Okay, das ist ja praktisch. Oh, es regnet. Nicht gut. Regen ist nicht so gut. Theoretisch hier das Gras mal mitnehmen. Damit wir noch mehr Hasenfallen bauen können. Oh, da hat mir erinnert, ein bisschen was zu essen gebracht. Danke. Also das Holz, was wir jetzt haben, reicht gerade mal so für eine Nacht. Ah, sehr schön, da ist jemand in der Falle drin. Rucksack? Kann man da noch einen bauen, oder was? So, hier die Falle mal auslegen. Und noch eine Falle machen. Okay. Und jetzt... Danke. Ein Hase nur. Na, ist natürlich schwach. Ist natürlich schwach. Jetzt haben wir einen Hasen. Einmal... Ah, jetzt haben wir wieder viel zu wenig zu essen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Naja, ein bisschen. Gehen wir mal hier lang. Ah, siehst du, da finden wir noch ein bisschen Nahrung. Naja. Unsere Herzanzeige füllt sich langsam wieder auf. Und wir brauchen bald einen neuen Blütenkranz. Hallo, Hase. Ne, also an das Bienennest mache ich mich nicht nochmal ran. Ich bin ja nicht dumm. Aber hier sind schöne Blüten, die wir gebrauchen können. Wenn wir einen neuen Kranz brauchen. Ja, vor Feuer habe ich ja nun gar keine Angst. Das war ein Blitzeinschlag, definitiv. Die Wahrscheinlichkeit, dass er an derselben Stelle nochmal einsteigt, ist ja relativ gering. So, hier noch ein bisschen Setzlinge mitnehmen. Oh, Beeren. Mhh, lecker. Und Büsche. Und Büsche. Und Setzlinge. Und Büsche. Okay, wir müssen wieder zurück zum Lager. Wenn man nur was da noch auf dem Weg ist mitnehmen. Das war's noch. Oh, jetzt muss ich aber mal kurz in die Karte gucken. Ah, okay. Wir müssen hier lang. Setzlinge. 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 Kienäppel. Kienäppel. Setzlinge. Samen. Kienäppel. Gras. Setzling. Da sind wir wieder. Oh, nochmal Samen. Und da ist noch eine Blume. Wie gesagt, wir brauchen bald einen neuen Kranz. Die geht schon wieder da bergab mit unserem. Achso, weil es dunkel ist und wir noch nicht nachgelegt haben hier. Ah, okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas Schönes bauen können. Hier können wir wohl angeblich wieder was Neues bauen, das da wäre. Rasierklinge und Heugabel in den Boden zu versetzen, brauche ich nicht. Hier, eine Strohrolle. Schlafe die Nacht durch. Und wir bauen einfach mal so eine Strohrolle. Hatten wir aber schon mal. Warte mal. Wie, was muss ich machen? Achso, mit rechts anklicken, um zu schlafen. Wollen wir das einfach mal machen? Nö, wir machen uns erstmal was zu essen. Ja, wenn wir nämlich wach werden. Ich bin, glaube ich, das letzte Mal bei so einer Aktion verhungert. Ach, komm, wir probieren es mal. Oh. Ah, siehst du jetzt? Ah, das lohnt sich überhaupt nicht. Das lohnt sich überhaupt nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da benutzt man da diese Schlafrolle und dann verhungert man fast. Das ist doch total. Na gut, die einzige Möglichkeit wäre, wenn man sich von Monstern retten will. Ich habe schon alle Seile verpasst hier. Na, hier ist noch ein Samen. Hier ist noch ein Samen. Hauch ab von meinem Samen, du Vogel. So, die können wir ja noch mal schnell braten. Äh, kochen. Ja, haben wir ja irgendwie nichts von gehabt, war, von unserem Schlafsack. Der war einfach nur irre teuer. Und als wir wach geworden sind, war der Magen leer. War mal hier schon in die Richtung? Ja, da war mal schon. Da könnten wir ihn jetzt noch hin. Wir könnten jetzt im Prinzip hier hoch mal. Da waren wir noch nicht. Natürlich immer unter der Prämisse, äh, wir haben nur noch neun Holz. Wie sich rausgestellt hat, brauchen wir, glaube ich, für eine Nacht. Äh, na gut, wir brauchen nicht so viel für eine Nacht. Aber falls wir uns noch ein neues Feuer bauen müssen und so weiter. Mal gut, wenn man ein bisschen mehr Holz dabei hat. Wir haben ja sogar ne Schaufel mittlerweile. Fällt mir gerade ein. Vielleicht können wir ja auf dem Rückweg mal... ...ein paar Baumstämme da einsammeln und so. Ich glaube, das ist noch ein alter Bärenbusch, wa? Das ist wieder nachgewachsen. Oh, da ist noch ne Blume, die würde ich ganz gerne mitnehmen, wenn's geht. Das ist aber ne Biene gerade drauf. Ach ja, hier, das ist dieser Gruselwald. Da sind wir ja letztens rausgegangen. Wollen wir mal probieren, so ein Stachelbusch hier zu fällen. Was passiert denn dann? Oh, der zittert schon so komisch. Oh, da kriegen wir Zweige, ist auch schön. Was liegt hier? Moskizo, können wir den essen? Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh Gott, wir haben noch ein Schwer, oder? Sind da noch mehr davon? Wollen wir mal probieren, warte mal, leg an, das ist mal weg. Wollen wir mal probieren, den anzugreifen? Jetzt haben wir ne Rüstung an? Moorschwein, oder was? Oh Gott, da kommt gleich die ganze Bande raus. Na komm her. Komm her. Ah, jetzt habt ihr Angst, oder was? Ich meine, die sind ganz schön... Jetzt haben sie Angst? Jetzt haben sie sich versteckt in ihrem Untersucherteilchen. Oh, guck mal. Ne Waffe. Was ist da noch? Oh cool, ne Waffe, ne Waffe, ne Waffe, ne Waffe. Die Rüstung, die Rüstung, die Rüstung können wir noch anlegen, oder? Die Waffe ist doch cool. Juhu, wir kommen. Was liegt hier noch für uns rum? Blume brauchen wir? Ah ne, Monsterfleisch, cool. Froschschenkel, cool, Fisch, cool. Das ist wahrscheinlich das ganze Zeug von der Bande hier, die... Können wir das nicht angreifen? Ah, wir können es abbrennen, ja. Los, brenn das Haus hier an. Los, brenn es an. Oh nein, diese Drecksäcke, verflucht. Ah, Gott sei Dank hat man noch den Spawnpunkt. Ja, ich war auch wieder viel zu frech und viel zu bösartig gewesen, gebe ich ehrlich zu. Können wir die Dinger hier essen? Nö. Naja, jetzt haben wir ja wenigstens unseren... Na, jetzt hat sie Angst, wa? Das ist alles schon wieder so ein bisschen verschwommen hier. Guck mal, hier müssen wir doch ganz viel Haselfleisch haben. Keiner in die Falle gegangen. Hier ist einer in die Falle gegangen, okay. So. Müssen wir wieder von vorne anfangen. Mist. Aber wir haben immer noch Tag 7, das ist gut. Wir haben jetzt einen Bonus, dadurch, dass wir dann doch diese Spawnpunkte noch hatten. So. Samen, okay. Wir müssen ja jetzt, wenn wir ein Feuer machen wollen, äh... Müssen wir da schon. Was ist denn hier los mit der Falle? Die lag da nur so rum. Dann müssen wir schon... Na, mam, 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 mam. Und wenigstens die Zutaten hier von... Ach, guck mal, da liegt ja Holz rum. Ja. Sumpfmonster, wer wäre es? Da gab es ein Update und jetzt habe ich auf jeden Fall ein Sumpfmonster. Wie lange dauert das noch hier, bis ich... Ach so. Warte mal, ich glaube, ich brauche Feuerstellen dafür, was? Ach, mein Feuerzeug ist auch weg. Sag mal, äh, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wahrscheinlich müssen wir... Schnell, wir rennen mal wieder dahin. Vielleicht können wir das einsammeln. Das Zeug, was wir da weggedroppt haben. Rennen wir mal schnell in den bösen Wald da. Aber wenn wir jetzt noch mal sterben, sind wir nahe so, wa? Na ja, sind ja immer noch diese Ungeheuer. Ist jetzt wahrscheinlich sehr unvernünftig. Hier. Habt ihr uns die Zeit lassen, das Zeug wieder einzusammeln? Da sind sie, aber das Zeug ist nicht mehr da, oder? Doch, hier. Guck mal. Nein, 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 mein Herz ist gleich alle. Nei, nein, meine Kraft ist alle. Ach, Mist, jetzt liegt das ganze Zeug da noch rum. Vielleicht sollte ich hier mal einen Tentakel... Hab ich das Tentakel-Ding jetzt schon eingesammelt? Nee, warst du eine Waffe? Oh, was war das denn? Och, Menno. Kann ja wohl nicht sein, ey. Oder? Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, in der nächsten Folge. Das ist natürlich jetzt mal wieder in die Hose gegangen, aber nächstes Mal werden wir ganz, ganz lange durchhalten. Bye, auf Wihö.